Moin und herzlich willkommen bei SchollisTV. Wir präsentieren euch heute die neue Yamaha Tracer 700 in der Farbe Sonic Grey. Die neue Yamaha Tracer 700 wurde grundlegend überarbeitet, neu designt und verfeinert. Sie bietet in praktisch jeder Fahrsituation mehr Leistung, mehr Komfort und dynamischen Fahrspaß. Neue Halbverkleidung mit aggressiver Front. LED-Doppelscheinwerfer, Positionslampen und Blinker. Der kompakte LED-Doppelscheinwerfer projiziert einen starken Lichtstrahl für eine hervorragende Nachtsicht. Ebenfalls sehr markant und leuchtstark die LED-Positionsleuchten und die kompakten LED-Blinker. Der beliebte drehmomentstarke CB2-Motor überzeugt auch in der Yamaha Tracer 700. Es handelt sich hier um einen 2-Zylinder flüssigkeitsgekühlten Viertaktmotor mit 689 Kubik und 54 kW bei 8750 Umdrehungen pro Minute. Der quirlige, EU5-konforme Motor vermittelt ein noch sportlicheres und aufregenderes Fahrgefühl. Mit ihrem kompakten, leichten Fahrwerk, ihrer langen Aluminiumschwinge und einem Radstand von 1460 mm ist die Tracer 700 eine der wendigsten und aufregendsten Sport-Tourver. Mit dem niedrigsten Gewicht in dieser Klasse und dem begeisternden Charakter des drehmomentstarken Motors erzielt die Tracer 700 das beste Leistungsgewicht und bietet herausragende Fahrerlebnisse. Die neue Tracer 700 bietet viele Updates und Verbesserungen, einschließlich LCD-Instrumenten. Das übersichtliche Motifunktions-LC-Display verfügt über eine Sonderfarbe für den Drehzahlmesser und eine große Ganganzeige und kann bequem mit dem Schalter links am Lenker bedient werden. Das 2020er Modell der Tracer 700 hat verbesserte einstellbare Federelemente sowie eine aerodynamische Verkleidungsscheibe. Mit einem Fassungsvermögen von 17 Litern sorgt der elegante neue Kraftstofftank für eine hervorragende Reichweite bei durchschnittlich 4,3 Litern Verbrauch auf 100 km. Die neue Tracer 700 ist mit einem 34 mm breiteren Lenker ausgestattet. Er sorgt für eine entspannte, tourenorientierte Sitzposition. Zusammen mit der neuen Verkleidung und der neu gestalteten, komfortablen Sitzbank fühlt man sich auf der Tracer 700 auch auf Langstrengen wohl. Schollis TV sagt Danke fürs Zusehen. Über ein Like oder ein Abo würden wir uns sehr freuen. Mehr Infos erhaltet ihr auf scholli.de. Wir sehen uns. Bis bald. Vielleicht auch bei uns im Laden. Wir sehen uns. Vielen Dank.